Hallo! Willkommen zu Bordos Parts! Der Anfang vom Ende. Vielleicht schaffen wir es in zwei Parts, vielleicht in drei. Vielleicht auch nie. Ja, je nachdem wie wir uns anstehen. So, Brault 4 fangen natürlich direkt beim Vorletzten an. Dann wird es später leichter, das ist klug. Wenn die Musik schon so losgeht. Gut! Wer hat sich so'n Start nicht gewünscht? Los, Handtuch, wer war das? Keiner verlässt den Raum. Ah, schön. Wer hat da meine Hand bewegt? So, kannst du das Ei runtertreten? Au! Das ist Joshi, jetzt hast du verkackt. Brauche ich den? Du kannst das Leben auch so noch schaffen. Oh, dann nehme ich mir den, das Obrot. Aber halt nicht weiterkommen, weil... Wie jetzt? Glaube ich. Ich kenne die Level nicht mehr. Achso, äh... Na, hier könnte es zum Beispiel blöd werden. Das war gut. Ja, und rüber. PowerApple! Sehr schön. Ich brauche mehr Anlauf. Ich habe sonst Angst. So, komm mal. Wow! Wow! Ich hasse das, dass die nicht durcheinander... Also, durch sich laufen können. Ja. Blöd. Das war auch gut. Ah. Ah, das kann ich. Da warte ich. Ich habe bei jedem Koopa hier irgendwie so ein bisschen... Das war blöd. Fieldshot. Boah, das war cool. Boah. Aber die Frage ist, wo ist da der geheime Exit? Gab es zwei? Ja, klar gibt es da zwei. Wahrscheinlich musst du da unten liegen. Oh, da ist ja ein Weg. Oh! Oh. Dafür brauchst du einen Shell. Den ich verballert habe. Aber da ist ja oben noch welcher. Ja, ja. Solange du dich nicht töten, ne? Sag doch solche Bedingungen. Ah. Ah, ich habe es auch schon irgendwie heraufbeschwunden dadurch, dass ich es erwähnt habe. Aber warum? Das war so gut. Oh. Das war auch knapp. Tschüss. Das ist ein Gierschlund vom Blick. Das ist unglaublich. Oh. Aber es ist... Ach, kannst du nicht mit dem fliegen? Nein, das ist das Gläu. Ach, ich dachte, es ging um den Koopa-Panzer. Schade. Ein roter Panzer. Ja, aber unter dir war ein blauer. Ja, damit kann ich fliegen. Oh. Aber das bringt halt nicht viel. Aber fliegen. Es verplatzt. Okay, ich nehme mir das hin. Oh, zerplatzt die Träume. Alle abgeräumt. Das ist echt klasse. Pack dich. Ja. Ach so. Vor allem geht das ja gar nicht mit Yoshi, oder? Nein. Oh. Oh. Okay. Nee, du frierst die. Ich hätte halt einfach essen müssen, ich wollte gerade sagen. Sind das immer Secret Exits? Auch normal, aber mit den normalen gehst du wieder auf den Stern zurück, weißt du? Und die brauchen wir nicht. Also. Okay. Okay. Das sieht jetzt schon nicht schön aus. Ach ja, die fallen da durch. Ich fall da leider nicht durch. Wäre auch ein bisschen doof gewesen, ne? Na, durch den Koopa wäre gut. Ja, durch die Plattform. Ja, durch die Plattform. Ich zählte mein ganzes Können hin. Hm. Das habe ich weggegessen. Weggegessen. Ja. Ja. Hopp. So. Uh. Ich ahne. Hoch, hoch, hoch. Rechts. Ah. Ah. Nein. Das. Was machst du? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Nach rechts. Darüber. Ich glaube, damit muss man aber irgendwie zum Bonusausgang. Ich weiß es. Ach, durch Schande. Okay. Okay, ich fall eigentlich immer drauf. Ah. Na, endlich. Das kann ich auch unter allen ansonsten. Woher wolltest du den nicht töten? Und jetzt auf einmal. So. Jo. Okay, ich werde jetzt nicht irgendwelche Spirenzen machen. Äh. Das war schon eins. Mist. Oh. Oh, Mann. Ich habe nicht erwartet, dass das runterfällt. Also, dass es schon aufhört. Wegen der Musik, ne? Mhm. Okay, so. Ich werde jetzt mal mitzählen. Wie oft diese wunderschöne Melodie kommen. Äh. Äh. Nein. Oh. Nein. Was? So. Egal was. Es sieht wunderschön aus. Ich komme mit den Dinger nicht klar. So. Ich probiere es nochmal. Ja, mach mal. Mal sehen, ob ich überhaupt lebend erstmal da ankomme. Das ist super wichtig, ja? Am Anfang wolltest du alle leben lassen und jetzt. Uh. Rupfl-Jump. Nicht geplant. Gut. Ein Glück. Okay, schön. Das bleibt am... Wow. ...den Münzen hängen. Oh, das ist natürlich fies. Das habe ich nicht gewusst. Ich auch. So, jetzt wissen wir also, dass... So, dazwischendurch. Wie ein echter Pro. Aha. Drück am besten gleich nach rechts, wenn das kommt. Ja. So. Die Idee mit diesen Münzblöcken ist aber eigentlich echt cool. Nur das ist echt nicht cool. Ich habe noch stoppen können. Das ist ein großer Truss. Jetzt habe ich mich erschrocken. So ging es mir vorhin auch. Da verschreckt ja noch die Sprungtaste gedrückt. Starttaste. Ach. Oh, ich habe nur noch ein Leben. Das heißt, ich schaffe das jetzt, ja? Mhm. Natürlich. Zumindest aus dem normalen Wege. Dass wir uns immer sichern können. Ich lasse es lieber mal ein bisschen länger laufen, weil ich habe das Gefühl, dass wir sonst halt nicht weit genug kommen. Boah, das war knapp. Das war so ultra knapp. Wo muss ich denn hin? Oh, nice. Achso, du bist jetzt im Aufheben. Gut. Ich warte. Was kann denn der Game-Man-Gift in sich, glaube ich, gerade zum ersten Mal? Er macht einen Stampfer auf den Boden. Bei jedem Schritt? Wenn du einen Shell hast und dann runterknallst. Achso. Hässt du die Röhren einzeln? Auszertrauben. Nein, doch nicht. Ich bin voll super. Ich habe Angst, dass wir das verpassen, weil... Ja, ja, verstehe ich schon. Okay. Was macht das Stampfen eigentlich von Yoshi? Ja, das hat einen gewissen Radius, wo es Gegner umdreht. So, manche Gegner... Das ist ja... Ach, cool. Und das ist trotzdem noch. Das ist ja schön. Die Effekte der Shells gehen trotzdem noch durch. Die Roten werden zu Feuer, die Grünen sind... Oh Gott. Schlecht. Ich habe Angst. What the fuck? Ja. So. Die Frage ist, wie kommen wir zum Exit? Zum Bonus-Exit. Wir müssen aber nicht unter der Welt durchspringen, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, das hat wirklich was mit dem Mundspitz zu tun. Iiiiiiih. Ich glaube, das ist ja schön.